Zack, bumm, da bin ich wieder. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonFZ04 und in diesem Video erkläre ich euch, wie man einen eingeschränkten Sichtkreis oder einen Sichtkegel in sein Spiel bekommt. Zum Beispiel für Höhlen oder ähnliches. Ich zeige euch das Ganze einfach mal, wie das bei mir jetzt am Ende aussehen kann, aber ihr könnt es natürlich auch anders umsetzen. Schaut auf jeden Fall das Video zu Ende. So kann das aussehen. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie ihr das kreativ dann am Ende nutzt für das Spiel. Es ist auf jeden Fall sehr atmosphärisch, oder? Ich finde, das sieht schon sehr atmosphärisch aus am Ende mit so einem Sichtkegel, wenn man versucht dann irgendwo in einer Höhle etwas zu suchen. Keine Ahnung, zum Beispiel Goldbarren, wenn man die Goldbarren einsammeln will oder ähnliches. Okay, und wie man das macht, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Zuerst lösche ich mal kurz hier die Events raus, weil wir wollen ja bei Null anfangen. Ihr öffnet euren Apigymaker. Euer Projekt, in dem ihr den Sichtkegel haben wollt. Oder ihr nehmt ein Testprojekt, einfach neues. Und dann öffnet ihr das Grafikprogramm eurer Wahl. Bei mir wäre es im Normalfall Photoshop. Aber ihr könnt natürlich auch Gimp verwenden. Link ist in der Videobeschreibung. Und ich werde es euch jetzt erstmal mit Gimp zeigen. Und dann zeige ich euch das Ganze nochmal mit Photoshop. Und dann sollte eigentlich alles ziemlich klar sein. Gut. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt Gimp verwenden. Normalerweise verwende ich Photoshop, aber geht beides gleich gut. Dann öffnet ihr eine neue Datei. Datei neu. Und dann braucht ihr eine Breite und eine Höhe. Die findet ihr im Apigymaker MZ in eurer Database, Datenbank. Und dann bei System 2 steht hier Bildschirmbreite, Bildschirmhöhe. Das sind schon mal die Zahlen, die wir jetzt brauchen werden. Beim Apigymaker MV findet ihr das in einem Plugin, was vorinstalliert ist. Hier im Plugins Fenster. Und dann Community Basic heißt das. Da drückt ihr doppelt drauf. Und dann seid ihr bei Bildschirmbreite und Bildschirmhöhe. Auf Englisch Screen Width und Screen Height. Und könnt damit arbeiten. Wir werden das jetzt einfach übertragen in Gimp. Sind beim Apigymaker MZ übrigens die gleichen Zahlen. Breite 816 und Höhe 624. Dann gehen wir auf Erweiterte Einstellungen. Und wählen Füllung Transparent aus. Wichtig. Okay. Und dann haben wir eine transparente Ebene. Und wir erstellen jetzt einfach eine neue Ebene. Hier links unten, äh rechts unten. Ähm der linke Button. Und diese Ebene bekommt die gleiche Größe. Die Einstellungen lassen wir eigentlich. Wichtig ist Füllung Vordergrundfarbe. Da habe ich jetzt Schwarz. Und ihr solltet ebenso Schwarz wählen. Vordergrundfarbe. Schwarz. Drückt auf OK. Dann habt ihr eine schwarze und eine transparente Ebene. Und ähm die schwarze Ebene könnt ihr einfach dann bearbeiten mit einem Radiergummi. Weil wenn ihr jetzt hier ein wenig ein bisschen rumradiert, schon habt ihr euren Sichtkreis, Sichtkegel. Wir wollen den aber natürlich perfekt positionieren in der Mitte. Ist das jetzt die Mitte? Ja, nein, keine Ahnung. Ja, schwierig oder? Und dementsprechend brauchen wir ein Raster. Ein Raster bekommen wir bei Bild. Und dann Raster konfigurieren. Wir machen das Ganze Vordergrundfarbe Schwarz. Ähm Hintergrundfarbe, äh Rot. Beides Rot. Und ähm dann könnt ihr aussuchen, was ihr am besten findet. Jetzt gestrichelt oder durchgängig etc. B.B. Könnt ihr auch andere Farben wählen. Macht keine Rolle. Wichtig sind hier die Maße. Wir wählen die halben Maße von unserer Grafik. Das sind einmal 408 in der Breite. Weil 816 durch 2 sind 408. Dann öffnen wir hier das Schloss. Und 624 war die Höhe. Also brauchen wir 312. Und drücken einmal auf OK. Dann gehen wir auf Ansicht und schalten das Raster an. Falls ihr das noch nicht gemacht habt. So wie bei mir zu sehen war das Raster jetzt nicht zu sehen. Ähm falls es bei euch auch nicht zu sehen ist. Dann Ansicht Raster einmal anzeigen lassen. Gut. Dann habt ihr einen Raster und könnt auch den Mittelpunkt perfekt treffen. Und zack. Dann habt ihr den Mittelpunkt getroffen mit dem Radierer. Ihr könnt dann im Grunde über die Größe und über die Härte könnt ihr aussuchen wie euer radierter Kreis aussieht. Ihr könnt alle möglichen Einstellungen verändern. Je nachdem wie ihr das Ganze braucht. Und wie ihr das haben möchtet. Da sind eurer Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt. Und wir radieren jetzt einfach hier rein. Zack. So. Wir lassen uns das jetzt einfach mal so. Oder ich klicke nochmal rein. Machen wir es ein bisschen durchsichtiger. Und fertig. Das war es schon. Das ist unser Sichtkreis. Wir machen erstmal einen Sichtkreis. Ist etwas einfacher bis ich euch die Sichtkegel dann zeige am Ende des Videos. Wir exportieren das Ganze als PNG-Datei. Hier steht jetzt umbenannt PNG. Wir nennen das Ganze Lichtkreis. Und speichern das unter Documents. A, M, M, Z. Da speichere ich das rein. Weil ich habe ein RPG Maker MZ Projekt. Je nachdem wo euer Projekt ist. Meins heißt jetzt Projekt 1. Dann bei IMG Images abgekürzt. Da rein. Dann bei Pictures. Da müsst ihr rein. Und hier könnt ihr es dann abspeichern. Einfach auf Exportieren. Klick. Und Exportieren. So. Dann haben wir es im RPG Maker. Dann kann ich es auch anzeigen lassen. Das werdet ihr gleich sehen. Wenn ich jetzt hier einfach ein neues Event erstelle. Das Ganze auf Auslöser parallel stelle. und ein Bild anzeigen lasse. Auf der Seite 2 der Ereignisbefehle. Bild zeigen. Und dann suchen wir hier Lichtkreis. Ich drücke einfach die L-Taste. Und dann komme ich hier schon zu meinen Grafiken mit L. Und da habe ich den Lichtkreis, den ich gerade eben erstellt habe. Da drücke ich auf OK. OK. Übernehmen. OK. Und jetzt wird dieser angezeigt. Werden wir gleich sehen. Startet das Spiel. Dann können wir das gleich mal angucken. Sieht doch gar nicht so schlecht aus für den Anfang. Einziges Problem. Er bewegt sich nicht mit dem Spieler mit. Das ist natürlich nicht so schön. Das behebt sich aber recht schnell und einfach. Ihr geht wieder in euer Event hinein. Geht zu den Inhalten. Sobeklickt da drauf einfach. Und dann Variable steuern. Ich habe hier schon zwei Variablen benamst. Einmal Spieler unterstrich ko unterstrich x. Und dasselbe mit y. Ihr könnt das natürlich anders nennen, wie ihr möchtet. Gut. Ich wähle Spieler unterstrich ko unterstrich x aus. Bei Variable. Bei Operation einstellen. Und bei Operant wähle ich Spieldaten. und dann Character, Spieler und dann nicht Karte x, sondern Bildschirm x. Wichtig. Drücke auf OK. Drücke auf OK. Und dann habe ich die erste drin. Die kann ich einfach kopieren, einfügen und mit Leertaste bearbeiten. Dann wechsle ich hier auf Spieler Koordinate y. Einstellen lassen wir Spieldaten. Ändern wir auf Bildschirm y natürlich. Und dann haben wir das schon mal. Dann Bild zeigen. Auch Leertaste zum Bearbeiten. Wir müssen den Ursprung ändern. Das ist ganz wichtig. Auf Mitte. Und Bezeichnung mit Variablen. Wählen wir einmal die Spieler Koordinate x. Und hier die Spieler Koordinate y. Könnt ihr natürlich, wie gesagt, wählen. Die Variablen nennt es egal. Hauptsache ihr könnt damit was anfangen. Und dann wird die Position des Spielers immer ausgelesen. Mit den beiden Variablen. Und hier wird die Spielerposition dann verwendet, um die Position des Bildes anzupassen. Das Ganze sieht dann fertig so hier aus. Aber wie ihr seht, fehlt ja hier ein Stück. Und hier und überhaupt überall. Irgendwie ist das Bild zu klein. Aber das ist ganz schnell behoben. Wir gehen zurück zu Gimp. Gehen auf Bild. Leinwandgröße. Wir müssen einfach die Leinwand vergrößern. Und dann geben wir hier bei Breite mal 2 ein. Also Sternchen 2. Und bei Höhe ebenso Sternchen 2. Und dann rechnet er das automatisch für uns aus. Dass es einfach doppelt so breit und doppelt so hoch ist. Dann drücken wir einmal hier auf Zentrieren. Und dann sieht es schon so ein bisschen aus, wie es beim Apegee Maker aussah. Hier oben fehlte das Stück, rechts fehlte das Stück, links fehlte das Stück, unten fehlte das Stück. Ja, wie es beim Apegee Maker aussah. Dann Ebenengröße ändern. Alle Ebenen. Und dann Füllung, Vordergrundfarbe, schwarz. Und dann einfach Größe ändern. Zack, bumm. Schon sind wir fertig. Das war doch einfach, oder? Dann können wir das Ganze nochmal neu exportieren. Exportieren nach Lichtkreis-PNG. Und dann können wir das Ganze schon starten und ausprobieren. Und tadaa! Jetzt ist die Grafik groß genug. So einfach. Das war doch easy clap, oder? Das war richtig easy clap. Das war einfach. Gut. Jetzt können wir das Ganze auch nochmal ein bisschen Atmosphäre verleihen. Indem wir einfach noch ein bisschen den Spielbildschirm tönen. Dann machen wir ein neues Event. Machen das auf Parallel. Und Inhalte fügen wir ein Bildschirm tönen. Machen hier einmal ein bisschen Rot vielleicht weg. Aber ihr könnt das auch anders machen. Und Grau mache ich auch ein bisschen hinzu. Also Rot minus 17. Grau auf 102. Dauer 1. Warten auf Schluss aus. Und auf OK. Und dann brauchen wir noch ein Ereignis löschen. Dass das nicht mehrmals ausgeführt wird. Dass das nur einmal ausgeführt wird, machen wir noch ein Ereignis löschen. Und dann sieht das Ganze so aus. Sieht doch schon wesentlich atmosphärischer aus, das Ganze. Falls ihr übrigens euch fragt, wieso startet bei ihm eigentlich nicht der Titlescreen, wenn ich auf Testspiel drücke. Da habe ich ein Plugin. Es gibt Titlescreen MZ gerade zum Testspielen. Sehr praktisch. Rechts oben in der Infobox. Klickt einfach drauf, wenn ihr dieses Plugin auch haben wollt. Und eine kurze Erklärung, wie es funktioniert. Rechts oben in der Infobox wird dazu jetzt eine Erklärung aufploppen. Dann habt ihr auch nicht immer diesen nervigen Titlescreen beim Testspielen. So, jetzt haben wir den Lichtkreis. Ich kann ihn ja nochmal zeigen. Den Lichtkreis. Aber wir haben keinen coolen Lichtkegel. Wir hatten doch einen coolen Lichtkegel gesehen am Anfang des Videos. Der war doch cool, oder? Lichtkegel. Den wollen wir auch haben. Und den erstellen wir jetzt. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Wir müssen dazu einen Lichtkegel erstellen. Das können wir auch in Photoshop machen. Kann ich es euch mal in Photoshop zeigen. Gehen wir in Datei. Neu. 816 mal 624. Also Breite 816, Höhe 624. Hat sich Photoshop gemerkt vom letzten Mal. Wähle ich aus. Zack, bumm, haben wir. Färbe ich schwarz ein. Habe ich vergessen. Aber es ist nicht so schlimm. Kann ich nachträglich machen. Und dann ist das eine Hintergrund-Ebene. Da muss ich kurz doppelt draufklicken, um es zu einer normalen Ebene umzuwandeln. Zack, sonst kann ich nämlich nicht drauf radieren. Und dann kann ich drauf radieren. Und sehe den transparenten Hintergrund. Da wähle ich jetzt Härte 0. Und ein bisschen größer machen wir das Ganze. Wir können auch mit Ö oder Raute die Pinselgröße jederzeit ändern. Je nachdem, wie wir es brauchen. Und dann versuchen wir einfach ein Hegel zu erstellen. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das sieht jetzt vielleicht schwierig aus. Aber das ist nicht schwierig. Okay. Mit Alt-Gr kann ich den Mittelpunkt genau auswählen. Und dann einmal so klicken. Ungefähr so. Okay. Dann habe ich schon mal einen Kreis. Das ist ein bisschen groß geworden vielleicht. Machen wir ihn ein bisschen kleiner. Machen wir es vielleicht so. Oder? Ach, eigentlich ist es egal. So. Wir machen ihn einfach... Aber ich habe die Deckkraft nicht auf 100. Deckkraft auf 100 natürlich. Habe ich falsch gemacht. Mein Fehler. Zack. So. Machen wir ihn so. Und dann machen wir daraus ein Sichtkegel. Das ist eigentlich recht einfach in Photoshop. Ihr könnt natürlich auch einen Sichtkegel einfach selber malen. Einfach. Zack. Hier so einen Sichtkegel selber gemalt. Oder ihr erstellt ein Sichtkegel mit solchen Tools hier. Geht natürlich auch. Und löscht das dann raus. Also es ist vieles möglich. Ihr könnt das einfach selber malen. Ihr könnt auch mit Deckkraft spielen. Indem ihr einfach hier die Deckkraft verändert. Könnt ihr übrigens auch über die Zahlentasten ganz schnell machen. Zum Beispiel wenn ich die 1 drücke ist nur noch 10% Deckkraft. Wenn ich die 5 drücke sind 50% Deckkraft. Und dann kann ich mit mehr oder weniger Deckkraft radieren. Dann kann ich einen schönen Kegel rein radieren. Wenn ich das denn möchte. Und könnte jetzt zum Beispiel hier so einen Kegel rein radieren. Aber wir machen das ein bisschen anders. Da habe ich gut den Kreis nicht gelassen. Weil ich einfach blöd bin. Aber das ist nicht schlimm. Geht ganz schnell. Zack. Bumm. Und dann radieren wir da einfach wieder das Loch hinein. Aber ist das wieder eine Hintergrund? Fehler passieren. Ist nicht schlimm. So jetzt aber. Zack. Jetzt. Gut. Jetzt sind wir wieder da wo wir vorhin waren. Und ganz einfach. Wir machen daraus jetzt einfach einen simplen Kegel. Wir wählen hier das Tool aus. Klicken einmal hier so an den Rand. Und dann öffnet sich hier oben diese Leiste. Oder ich mache es mit STRG T. Dann kommt genauso die Leistung Leiste hier oben. Dann habe ich hier dieses Tool. Dieses Verbiegen Tool. Das nehme ich. Und verbiege jetzt einfach die Form über diese Griffe hier. Dann kann ich daraus ein mega coolen, ähm, mega coolen Sichtkegel machen. Werdet ihr gleich sehen. Werde ich die Form einfach ein bisschen verändern. Und wie ihr seht, kann ich dadurch die Form manipulieren. Und schon kriege ich ein Kegel. Muss natürlich auch ein bisschen nachdenken. Wie möchte ich es jetzt genau haben. Also ich kann nicht einfach so, ähm, drauf losarbeiten. Aber man kann damit schon was cooles erreichen auf jeden Fall. Und das geht recht schnell. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier recht schnell einen Sichtkegel erstellt. In Photoshop das Ganze. Wie das in Gimp so gut funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Wie gesagt, ich bin leider Photoshop User. Aber in Photoshop funktioniert das ungefähr so. So. Aber ich habe euch ja gezeigt, ihr könnt das Ganze auch einfach rein radieren. Geht genauso gut. Dann drücken wir hier auf Bestätigen oder auf Enter einfach. Und haben schon unseren Sichtkegel. Nehmen einen Pinsel. Härte 100. Und malen hier einfach das Schwarz wieder rein. Deckerkraft 100 natürlich. Zack. Bisschen größer. Malen einfach hier oben das Schwarz wieder rein. So. Zack. Fertig. Gut. Und dann haben wir unseren Sichtkegel. Okay. Jetzt ist der Sichtkegel aber nicht mittig. Hier ist die Mitte. Und der ist viel zu weit, ähm, links. Wie ihr seht. Vielleicht auch ein bisschen zu groß. Ich mache den mal ein bisschen kleiner noch. Ja, der ist ein bisschen zu groß. Dann verschieben wir das Ganze. So. Und schon haben wir unseren Sichtkegel. Ähm, können das Ganze jetzt hier einfach wieder auffüllen. Mit Alt plus Backspace. Also hier, äh, Rückschritt-Taste. Und dann ist, äh, wird das mit der Vordergrundfarbe gefüllt. Und schon haben wir, vielleicht ein bisschen zu weit rechts. Oh ja. Und schon haben wir unseren Sichtkegel. Aber die Grafik ist ja wieder zu klein. Wir wissen es ja. Wir müssen über Bild, ähm, Arbeitsfläche die Grafik wieder verdoppeln. Mal zwei. Also Sternchen zwei. Und schon haben wir unsere größere Arbeitsfläche. Drücken auf OK. Und tada. Schon haben wir unsere größere Arbeitsfläche. Markieren wieder alles. Und füllen es einfach wieder schwarz aus. Mit Alt und Rückschritt. Zack. Ist es alles schwarz. Und schon ist es fertig. Übrigens, habe ich vergessen zu sagen. Bei Bearbeiten, ähm, Voreinstellungen, ähm, Hilfslinien, Raster und Slices. Könnt ihr die, ähm, Raster einstellen. Hier einfach, äh, Rasterlinie alle 50%. Also 50% heißt in der Hälfte des Bildschirms. Und dann ist es schon fertig. Also dann müsst ihr nicht groß mit Zahlen rechnen oder ähnliches. Einfach bearbeiten. Ähm, Voreinstellungen, ähm, Hilfslinien, Raster, Slices. Rasterlinie alle 50%, hier könnt ihr die Farbe auswählen. Und dann über Ansicht, ähm, Anzeigen, Raster könnt ihr das anzeigen. Oder über die Tasten kommen wir jetzt so ein Alt, Umschalt, Steuerung. Ähm, gut. Gut, dann haben wir das fertig. Jetzt bräuchten wir das Ding viermal in vier Varianten in vier Richtungen. Wir haben jetzt nur die rechte Variante, Datei, ähm, Kopie speichern. Auf meinem Computer, ja. Bitte drum. Ähm, PNG und dann einfach, ähm, Licht, Kugel und dann einfach zum Beispiel R, Unterstrich R. Wichtig, keine Leerzeichen in die Dateien haben. Das ist ganz wichtig beim abigimaker MV und abigimaker MZ. Immer mit Unterstrich arbeiten. Hier ist es ja auch so. Acta 2, Unterstrich 3 zum Beispiel. Immer mit Unterstrich arbeiten. Nicht mit Leerzeichen. Das ist ganz wichtig, sonst könnte das zu Fehlern kommen und euer Spiel könnte eventuell nicht starten oder zwischendurch abstürzen. Okay. Also wichtig, immer, ähm, mit Unterstrich arbeiten, nicht mit Leerzeichen. Dann speichern wir das Ganze, Licht, Kugel R, wie rechts, weil die zeigt nach rechts. Und dann brauchen wir das Ganze einmal gedreht. Wir wählen hier oben das Tool aus, gehen hier an den Rand, drehen es einmal um. Wenn wir Shift gedrückt halten, können wir das auch nur im 45 Grad Winkel drehen. Und dann können wir das auch perfekt einrasten bei 180 Grad. Kopie speichern, ja, anwenden natürlich. Kopie speichern, TNG, Lichtkugel L dann nach links. Das Ganze dann natürlich noch nach oben. Jetzt ist es wieder nicht, äh, voll, aber das ist kein Problem. Zack, Zack, Schwarz, Zack, Datei, ähm, Kopie speichern auf meinem Computer, TNG, Lichtkugel, ähm, ab, aber Kugel. Kugel, damit ich die alte Grafik nicht überschreibe, Lichtkugel, damit ich die alte Grafik nicht überschreibe, Lichtkugel ab. Und dasselbe dann auch nach unten. Zack, und dasselbe auch nach unten. Ähm, Kopie speichern auf meinem Computer, TNG, Lichtkugel unterstrich, ähm, down für unten. Können natürlich auch die deutschen Bezeichnungen machen. Ihr könnt das benennen, wie ihr wollt. Gut, dann haben wir vier Richtungen. Und die brauchen wir jetzt auch. Weil, jetzt könnten wir natürlich, ähm, unseren, unsere Lichtkugel habe ich es hier genannt. Ach, Lichtkreis wäre es gewesen. Egal, ist nicht so schlimm. Wir wissen alle, was gemeint ist. Wir können natürlich jetzt hier zum Beispiel down auswählen. Und dann sieht das Ganze so aus. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Aber, ähm, das Problem ist natürlich durchaus, dass wir jetzt die Blickrichtung des Characters nicht haben. Außerdem fällt mir auf, dass die Datei ein wenig zu weit unten ist. Also könnten wir sie noch ein bisschen höher schieben. Vielleicht ungefähr so. Das ist mir gerade auch aufgefallen. Aber, gut, das sei jetzt dahingestellt. Ähm, ja, komm. So. Das sei jetzt dahingestellt. Ähm, die speichern. Inge. Und dann einmal der nach oben. Genau. Und einmal der nach unten. Die speichern. Beim Computer. E. Ja, Pixar. Nein, PNG natürlich. Wir sind hier nicht bei Pixar. Ähm, und nach unten. Ja, überschreiben bitte. Gut. Jetzt haben wir, ähm, die Grafik zwar. Ja, jetzt sieht es schon besser aus. Jetzt haben wir zwar die Grafik. Aber, wir haben jetzt das Problem, dass wir nicht die Grafik in der richtigen Richtung haben. Ähm, dazu müssen wir das einfach rauslöschen hier. Und erstellen eine bedingte Verzweigung. Wählen aus die vierte Seite. Wählen aus die dritte Seite. Sorry. Wählen aus die dritte Seite. Charakter, Spieler, unten. Wenn er nach unten schaut, soll das passieren. Dann soll passieren, ähm, Bild anzeigen, Bild auswählen, äh, Lichtkugel war das. Und dann down. Wenn er nach unten schaut, down. Von Bezeichnungen, ähm, nach Variablen, ganz normal, Ursprung, in der Mitte, wichtig, nicht vergessen, auf OK. Das Ganze kopieren wir einfach. Rechtsklick kopieren oder STRG plus C. Und dann mit Leertaste könnt ihr das bearbeiten. Machen wir es nach oben. Wählen wir hier dann ab. Wieder mit STRG V einfügen. Ähm, dann das Ganze nach links zum Beispiel. Mit Leertaste immer bearbeiten. Nicht vergessen, Leertaste zum Bearbeiten als Schnelltaste. Wir wollen ja ein bisschen schnell arbeiten hier. STRG C kopieren, STRG V einfügen, nicht vergessen. Tastekombinationen sind sehr wichtig. Und werde ich euch immer wieder in den Kopf prügeln. Nein, Spaß. Ähm, und Lichtkugeln. Ja. Gut, dann haben wir die Richtungen. Und jetzt wird nur die Grafik angezeigt, in die wir gucken. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Und es funktioniert. Sieht doch schön aus, oder? Sieht doch schon ganz gut aus. Also ich finde das gut so. Einzige, die Rechts- und Links-Grafiken, müssten ein bisschen nach links verschoben werden. Beziehungsweise nach rechts. Aber das ist nicht das Problem. Ähm. Zack. Das soll nicht das Problem sein. Da muss man halt ein bisschen experimentieren. Das ist jetzt aber nicht das Problem. Zack. Und, ähm. Kopie speichern. TNG. Und das ist jetzt nach rechts einmal. Lichtkugel rechts. Und einmal. Ähm. Nach links. Einmal nach links. Kopie speichern. Nach links. Und schon haben wir die Grafiken fertig. Und können das Ganze angucken. Ja. Sieht doch schon viel besser aus. Und schon fertig. Das war's. Dann können wir hier mit der Taschenlampe rumrennen. Jetzt könnte man natürlich das Ganze auch, wenn man es zum Beispiel nur für Atmosphäre und nicht für Gameplay braucht, kann man zum Beispiel auch, ähm. Die Deckkraft ein bisschen runterstellen. Wenn man zum Beispiel jetzt die Deckkraft auf 240 stellt, ähm, statt auf, äh, 255, dann kann der Spieler noch die Umrisse erkennen. Und weiß, wo man lang gehen kann. Aber so richtig erkennen, was dort ist, kann er auch nicht. Ihr werdet das gleich sehen. Machen wir mal hier, äh, Vollbild. Und jetzt kann er so ein bisschen so die Umrisse erkennen. Aber so richtig, hundertprozentig kann er sich da auch nicht sicher sein, was da jetzt genau ist. Ihr könnt natürlich auch noch ein bisschen dunkler machen oder ein bisschen heller. Je nachdem, wie ihr das am besten findet. Sieht man natürlich auf jedem Bildschirm auch ein bisschen anders. Das dürft ihr an der Stelle nicht vergessen. Ähm, aber so ist es halt atmosphärisch. Aber der Spieler kann trotzdem die ganze Map sehen. Okay. Natürlich kann man auch die Map größer machen. Je nachdem, wie man es braucht. Wir könnten jetzt auch die Mapgröße verändern. Natürlich. Ähm, das ist klar. Also es ist nicht auf eine Mapgröße zugelegt, äh, irgendwann zugeschnitten. Also wir könnten auch hier jetzt mit der Taschenlampe über eine riesengroße Map laufen. Also da braucht ihr auch keine Angst haben. Okay. Gut, Leute. Das war im Grunde das ganze Tutorial. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Ihr könnt ja mal ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und das Ganze basiert übrigens auf einem alten RPG Maker Tutorial von 2011. Was ich selber mal gemacht habe. Es hat damals 51 Likes bekommen. Knacken wir wieder die 51 Likes? Knacken wir sie? Bekommen wir sie? Hm. Oder nicht? Mal gucken, welche die bessere Community war. Die von damals oder die von heute? Wer schafft wer Likes? Ihr oder die damals vor elf Jahren? Hm. Mal schauen. 51 Likes gilt es zu knacken. Mal sehen, ob ihr das schafft. Tschüssli und danke fürs Zuschauen. Links für die Grafiken übrigens in der Videobeschreibung. Ihr habt grob gesehen, wie man das im Gimp machen kann. Ihr habt grob gesehen, wie man das im Photoshop machen kann. Natürlich ist das hier kein Gimp und kein Photoshop Tutorial. Das sollte klar sein. Ein bisschen grafische Bearbeitung sollte man schon beherrschen. Und wenn man es nicht beherrscht, wie gesagt, Downloadlinks für meine Grafiken sind in der Videobeschreibung. Da braucht ihr nicht mal das Ganze selber machen. Das ist doch geil, oder? Einfach runterladen. Downloadlinks in der Videobeschreibung. Tschüssli, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüssli, tueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueue